Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen zurück in Lübeck nach diesem großen Krieg, der gewonnen wurde, aber auf eine Art und Weise, die die Lübecker nicht wirklich zufriedenstellen kann. Nun gut, es ist wie es ist. Mal sehen, wir haben jetzt zehn Jahre Frieden bis 87 mit den Dänen. Dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht die gleiche Aktion auf andere Art und Weise nochmal machen oder ob wir sagen, nee, das hat sich nicht gelohnt und an der Gesamtsituation hat sich auch nicht viel verbessert. Das lassen wir lieber sein. So, wir haben zehn Jahre Zeit, jetzt natürlich unsere guten Reserve wieder aufzubauen. Ich glaube, die Holländer haben mindestens eine doppelt so große und vielleicht uns noch ein paar anderen Zielen umzusehen. Es gibt nämlich eine interessante Sache, die wir bis dahin vielleicht erledigen können. Memel. Memel hat sich ja hier erweitert, dadurch sind sie aus der Liga ausgeschieden. Inzwischen ist Memel sogar Selbstanführer einer Liga mit Mantua und Salzburg drin. Ja, und Memel hat gerade akute Probleme, das ist vielleicht nicht so sehr der Punkt, aber Memel hat jetzt keine starken Bündnispartner mehr. Nur Liefland. Liefland, glaube ich, ist machbar für uns mit drei Provinzen. Ja, so dass es durchaus möglich ist, mit einem Krieg ohne Kriegsgrund mal wieder Memel anzugreifen, Goldingen zu verlangen, Goldingen dann abzugeben, zum Beispiel an den Livonischen Orden und dann mit Memel die Beziehung wieder so weit aufzubauen, dass sie mit uns zurück in die Liga gehen. Das wäre schon ganz gut, weil Handelseinfluss 38% ist schon eine Hausnummer. Also das ist so eine kleine Nebenoption jetzt. Okay, ansonsten habe ich gesehen, wir können aber andere noch in die Liga bringen und da ist, erscheint mir jetzt Würzburg am interessantesten. Die sind auch in diesem Handelsbereich hier, Rheinland, und da wird noch sehr viel einbehalten. Deswegen können wir, glaube ich, Würzburg ganz gut gebrauchen. Die haben immerhin 5,8. Immerhin, und die wollen in die Liga kommen. Und deswegen werden wir das bestätigen. Da waren jetzt noch ein paar andere dabei, Ulm zum Beispiel. Ich weiß nicht, wir werden mal mit Ulm... Na, wir müssen, glaube ich, jetzt geht es nicht mehr, weil sie zu groß ist, aber es ist knapp. Ich glaube, wir werden mal mit Ulm die Beziehung verbessern und dann ist Ulm vielleicht auch noch vorübergehend mit dabei. So, was ist jetzt mit unseren Soldaten? Die brauchen auch mal eine Zeit. Da müssen wir jetzt auch gut aufpassen. Wir haben ja fast nur Söldner. Die dürfen wir nicht alle entlassen, weil sonst wieder unsere Vasallen durchdrehen. Und wir müssen uns vom Krieg erholen. Das ist auch wichtig. Wir brauchen weniger als eine Kriegsmüdigkeit. Das ist ein gutes Ziel. Und wir bekommen, naja, Regeneration, Mannstärke. Okay, das können wir gut gebrauchen. 10% jetzt in dieser Situation. So, dann jetzt wieder zur Flotte. Wir lagern unsere Großschiffe wieder aus. Beziehungsweise, was heißt auslagern? Stilllegen. Die werden auch stillgelegt. Und die Handelsflotte bekommt einen neuen Admiral, den wir rekrutieren. Und es ist Siegfried Amsink. Wieder ein Amsink. Oh, ein sehr guter Fernkämpfer. Auch ein ganz anständiger Manöverwert. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Mission auswählen. Handelsschutz Lübeck. Okay, das ist auch soweit. Dann würde ich sagen, lassen wir einfach mal weiterlaufen. Was haben wir hier? Kriegsgrund, Rivale erniedrigen. Haben wir verloren. Warum das denn? Dänemark hat Staats-Ehe mit Böhm gebrochen. Wir sind kein Rivale mehr. Sie sind... Hm. Doch, sind wir doch. Na gut, vielleicht wegen des Friedensvertrags. Ich weiß es nicht genau. So, da kommen sie, unsere Soldaten. Und jetzt müssen wir mal wirklich gucken, wie wir das machen. Ich werde mal erstmal nur vorsichtig... Wie hoch ist denn jetzt unser Freiheitsbestreben? Was heißt unser? 27, 28. Das ist Entzücken. Das kommt, weil die Armeen der Vasallen ziemlich erbärmlich sind. Aber die werden natürlich jetzt aufbauen. Wir werden mal erstmal zwei... Das war falsch. Zwei Söldner entlassen. Und das jetzt... Gut beobachten. Wie sich jetzt das weiterentwickelt. 27, 29. Die bauen aber schnell auf. Wir können nicht so schnell aufbauen. Schwierig. Ansonsten, das was wir dabei haben, ist auf volle Socke. Insofern können wir den Unterhalt wieder runterziehen. Der übrigens keine Auswirkung hat auf das Freiheitsbestreben. Haben wir eigentlich alle Berater mit an Bord? Ja. Wir haben so ein hohes Plus. Das ist ja enorm. Plus 18. Das ist ja unglaublich. Na gut. Ich habe nichts dagegen. Ich gucke mal. Bleiben wir bei der Stabilität? Ich denke, ja. Plus 0,25. Beziehungsweise wir werden uns jetzt aufs Maximum erstmal bringen. Ich will das als kleine Notreserve immer in der Hinterhand haben. Und dann können wir es ja anschalten. Dann sind wir flexibel. So. Die Spanier erklären irgendwo über sie den Krieg. Und wir sollten vielleicht auch mal weiter noch Beziehung verbessern. Bloß mit wem? Das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Mit Bremen zum Beispiel. Okay. Und ja, unbedingt vielleicht gegen die Dänen. Also das Problem ist dieses Ruf-Sabotieren. Das haut bei uns richtig rein. Das kann nämlich dazu führen, dass beim maximalen Ausbau der Armeen das Freiheitsbestreben über 50 geht. Deswegen würde ich eigentlich gerne Gegenspionage machen bei den Dänen. Das müssen wir irgendwie verhindern. Und ich glaube, die Dänen sind diejenigen, die vor allem hier gegen uns was unternehmen. Wir haben... Ja. Das, was wirklich blöd ist, ist, dass Köln uns jetzt wieder rivalisiert hat. Das ist dieser langfristige Plan. Es wäre viel, viel schöner, wenn wir im nächsten Krieg zum Beispiel mit Köln an der Seite kämpfen könnten. Aber das ist wohl nicht drin. Geschenk an den Staat. Gute Regierung bitten die Adeligen und Geschäftsleute für Spenden. So, entweder Schatzkammer oder Prestige. Jetzt ist die Frage, unser Mann. Was ist er für einer? Er ist ein Gelehrter. Tja. Hm. Was macht ein Gelehrter? Setzt er das... Ich glaube, er steckt... Würde das in die Schatzkammer stecken, glaube ich. Da tendiert man eher zur rationalen Entscheidung als zu prestigeträchtigen. Zumal er ja auch einer aus der Handwerkerzunft ist. Hm. Machen wir das mal so. Dukaten, auch wenn die uns jetzt wirklich nicht so richtig helfen. Prestige wäre für uns rational besser gewesen. Aber rollenspielerisch, glaube ich, macht das mehr Sinn im Moment. So, da haben wir neun Herrscher. Verteidiges Glaubens wollen wir nicht werden. Plus 500. 1200 Rekrutenreserve. Oh, und das ist natürlich doof jetzt hier. Unser... Unser Philosoph ist gestorben. Hm. Wen holen wir uns denn da jetzt hinein? Also, Unruhe brauchen wir überhaupt nicht. Kostenstabilität. Na ja. Produktionseffizienz völlig unsinnig. Ah, das ist alles nicht so toll. Prestige wäre schon richtig gut eigentlich. Wie ist das? Wenn ich jetzt einen Einser rausschmeiße, kommt dann auch immer ein Einser wieder? Weil der kostet ja nur 26, ihn freizumachen. Wir probieren das einfach mal aus. Ob da jetzt ein Einser für kommt oder ein Zweier. Okay. Die Ostfriesen haben wir entdeckt. Die uns was wollen. So. Ach, da kommt gar keiner. Doch. Da kommt ein Einser. Aha. Einser wird immer gegen Einser ausgetauscht. Das ist aber jemand mit Prestige. Hm. Wollen wir dann die 103 ausgeben, um hier auch mal einen neuen zu bekommen? Wobei, wenn, dann wäre der ja noch der sinnvollste hier. Dann geben wir die aus. Also, ich würde... Ah, vielleicht haben wir Glück, ne? Vielleicht... Ich bräuchte einen Zweier, der Prestige bringt. Das wäre gut. Ein Künstler. Ne, ein Philosoph war es ja. Vielleicht mal Daumen drücken. Was haben wir hier? Eifer ist jetzt auf Maximum. Ja, dann gehen wir jetzt auf... Na, solange das Freiheitsbestreben nur so gering ist, glaube ich, können wir den Eifer... Ähm, können wir den Eifer auch auf Handel setzen. Wir müssen nur dann irgendwie umdisponieren. Wenn es dann soweit ist. So, jetzt schauen wir mal. Was jetzt hier Neues kommt. Und es ist Missionarsstärke. Oh Gott. Komm, einmal machen wir noch. Das alte Spiel. Einmal machen wir es noch. Okay. Wir sind jetzt in der Lage, wir müssen jetzt mal unsere Regimenter hier ersetzen. Was haben wir denn eigentlich? 6, 1, 8. Dann lasst uns mal eine Infanterie und eine Kavallerie holen. Level 1 ist jetzt gekommen. Okay, also das wird überhaupt nichts. Das war totale Mist, was wir jetzt hier gemacht haben. Mal wieder gehofft und gebangt und nichts ist daraus geworden. Dann nehmen wir eben Ernst Eulbers. Was hilft es? Dann muss es eben sein. Wie viel verdienen wir? Plus 21. Wahnsinn. Kontrollverlust. Mit unseren neuen Gesetzen die Bauern weniger eng an ihr Land zu binden, haben diese auch komische neue Ideen über den Platz im großen Zusammenhang bekommen. Wir verlieren Stabilität. Na toll. Na toll. Wir brauchen aber die Stabilität, sonst sinkt unser Eifer wieder. Also müssen wir das jetzt ausgeben. Okay, und Kriegsmüdigkeit ist ja erbärmlich hoch. Wie ist denn eigentlich der Stand hier bei der Technologien? Da sind wir noch bei 90%. Ach komm, dann können wir hier ein bisschen was ausgeben. Wir müssen hier bloß drauf achten. Wir sind bei 35, 36. Okay. Ferrara hat dem Kirchenstaat den Krieg erklärt. Handelsdispot. Naja. Die hatten den ja schon mal erobert und dann mussten sie ihn wieder freilassen. Was passiert in Memel? Hier sind immer noch die Rebellen, die da aber auch nicht wegkommen. Aber das ist im Moment kein Thema für uns. Mit unserer erbärmlichen Mannstärke. So, die beiden Söldner, die schmeißen wir jetzt auch noch raus. Okay, wie viele haben wir jetzt eigentlich noch? Wie viele Söldner? Ach, gar keine mehr. Das waren die letzten. Naja. Und? Geht es noch? 36, 37 geht noch. Diplomat abgerufen. Und jetzt gucken wir mal in Ulm, ob das gereicht hat. Wie es jetzt aussieht. Tatsächlich, sie sind bereit. Boah, aber locker. Hervorragend. Dann nehmen wir sie mit rein. Ulm hat nämlich hier 10,8. Was gar nicht so schlecht ist hier im Binnenland. Liegen allerdings hier in Tirol. Aber auch das ist okay. Weil hier wird auch ein bisschen was einbehalten. Beziehungsweise auch einiges in die falsche Richtung gelenkt. Nämlich in die Richtung Venedig. Aber schaut mal, wir sind echt so stark, dass wir mehr da ableiten als Venedig. Hervorragend. So, was ist hier? Die Osmanen begleichen die Schuld von Venedig? Ach. Okay. Soweit zu unserem großartigen Plan mit Memel. Die Preußen wollen Memel haben. Ja, das haben sie natürlich jetzt perfekt erkannt, diese Gelegenheit. Und Memel ist natürlich ein wirkliches Filetstück für Preußen. Puh. Ja gut. Dann hat sich die Sache gegessen. Dieser Plan, schade. Er war nicht schlecht, aber so funktioniert er nicht. Gut. Dann müssen wir umso mehr hoffen, dass Preußen fest an unserer Seite bleibt. Und dass wir nicht wieder so eine komische Situation kommen. So, hier gibt es nichts Neues. Nein. Und das ist natürlich jetzt doof, weil damit sich die Position der Holländer noch weiter verstärkt. Oh Mann, 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 Mann. Was kann man dagegen tun? Was kann man dagegen noch tun? Köln. Mit Köln hätten wir eine Chance. Aber Köln muss ja nun unbedingt uns rivalisieren und nicht die Holländer. Das ist echt tragisch. So, neue Herrscher. Das ist nicht so entscheidend. Ja, die Rivalen von den Niederlanden, die sind alle wirklich ziemlich zahnlos. Da haben wir die Österreicher, die keine Chance haben gegen dieses Frankreich-Osman-Bündnis. Wir haben die Venezianer und wir sind's. Aber was soll Venedig jetzt gegen die Niederlande ausrichten? Eieieiei, das ist alles nix. Das ist alles nix. So. Wir können mal wieder zwei neue Regimente ausheben. Ich hoffe, das geht hier alles noch. 39, 41. Ja, es geht noch. Verteidiger des Glaubens wollen wir nicht werden. Eifer ist wieder auf Maximum. Prima. Obwohl wir Handel aktiviert haben, das ist gut. Und jetzt stellt sich die Frage, wird der gute Mann wiedergewählt? Die Frage wollen wir beantworten. Er hat eine 50-50 Chance und eins habe ich gewürfelt. Er bleibt am Zuge. Was schlecht ist natürlich für die republikanische Tradition. Aber wir bekommen ein paar Punkte und er wird besser natürlich. Er wird fähiger, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. So, Frieden hier irgendwo in der neuen Welt. Zwei Jahre sind schon vergangen, seit dem Friedensschluss. Ich glaube ja. Zwei Jahre. Wir verdienen unfassbar viel. 24. Vielleicht sollten wir uns doch nochmal umschauen, ob wir vielleicht irgendwo noch einen Plus-Dreier kriegen. Hier. Hier würden wir einen Dreier kriegen. Einheiten-Limit. Das ist aber auch schon wichtig. Unterhalt. Gut, das könnte sich fast... Könnte fast gleich sein. Nun. Können wir uns das leisten? 7,94. Und der will 17. 10 mehr. In der jetzigen Situation können wir uns das locker leisten. Hier haben wir noch den Dreier. Ich glaube, wir machen das. Die Basiskosten sind hoch. Aber wir bekommen halt ein Punkt mehr, was schon wichtig ist für uns. Konrad Böteföhr. Okay. Der erste richtig grandiose Berater, den sich Lübeck leisten kann. So viel Geld wird verdient. Wahnsinn. So, die nächsten 1000-Mann-Stärke sind da. Wir können auf... Wieder auf 21.000, glaube ich, müssen wir gehen. Wobei, das ist jetzt halt, ne? Mit dem Truppenlebet. Na ja, mal sehen. Hofmaler verfügbar. Wir halten schon seit einiger Zeit Ausschau nach Malern oder Künstlern. Genau. Wegen Prestige. Die die Glorie unseres... Unseres Bürgermeisters repräsentativ bildlich einfangen können. Zufälligerweise hat uns gerade heute Morgen ein Maler seine Dienste angeboten. Ja. Ich denke, auch wenn er jetzt nicht ausdrücklich eitel ist, aber... Auch in den Hansestädten wurde Kultur gepflegt und gefördert. Deswegen einstellen. Bringt Stabilität sogar. Wow. Und Prestige kostet uns ein bisschen was. Aber das ist natürlich der Hammer. Plus 3 Stabilität ist super. Fantastisch. Okay. Preußen belagert noch Memel. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. So. Kirchenstadt muss zahlen. Ansonsten nichts Besonderes hier. So. 7.000. Wir haben wieder ein paar Leute. Also wird rekrutiert. Konflikte beeinflussen Regierungen. Eine Republik ist dann erfolgreich, wenn die wichtigsten Familien bereit sind, die Interessen der Republik zu ihren eigenen zu machen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Wir verlieren administrative Macht. Das hält sich ja noch im Grenzen. Das hält sich wahrlich noch im Grenzen. Plus 70. Das sollten wir vielleicht mal langsam erreichen, damit wir eine neue Ideengruppe wählen können. Liefland. Liefland. Frieden mit Preußen. Das ist, glaube ich, ein Separatfrieden. Liefland wird an den Livonischen Orden abgetreten. Genau. Die haben an der Seite von Preußen gekämpft. Verträge mit Polen aufkündigen und Geld bezahlen. Okay. Das heißt, der Livonische Orden wird gestärkt, weil er auch mit Preußen verbündet ist. Jetzt ist aber noch Memel dran. Ich bin gespannt, ob da was übrig bleibt oder ob sie beide Provinzen nehmen. Spanien, Russland als Rivalen. Liefland. Ja, Venedigs Schulden werden wieder bezahlt. Liefland hat Dorbhardt. Achso. Die haben ihre Hauptstadt verloren. Ja, alles klar. Okay. Ich weiß gar nicht, ob hier unsere Vasallen schon wieder voll ausgebaut haben. 43, 44. Also es geht schon langsam wieder lustig hoch. Wie sieht es eigentlich aus mit der Meinung? Ja, das ist alles gut. Da brauchen wir noch nicht reagieren. Aber wir sollten mal wieder auf unsere Beziehung achten. Wo wir was tun können. Übrigens, ich hatte Quatsch erzählt, was ich vorhin gesagt hatte mit Frankfurt, dass die ausgeschieden sind. Ich hatte da nur Befürchtungen wegen des Bündnisses mit den Holländern. Sie sind noch bei uns in der Liga. Also das war Unsinn. Könnt ihr euch, könnt ihr aus eurem Gedächtnis wieder streichen. Alles gut hier. Gut, Land sollten wir Beziehung verbessern. Und was noch? Danzig. Ja, können wir auch Beziehung verbessern. Sehr schön. Tja, Leute. Also wir verdienen unser Geld. Das ist alles gut. Wir entwickeln uns auch einigermaßen weiter. Wir könnten vielleicht auch Lübeck nochmal wieder einen Tick weiterentwickeln. Mal gucken. Kann ja auch Auswirkungen wieder auf dieses Truppenlimit haben. Ich bezweifle, dass wir da nochmal einen guten Weg finden, die Holländer jetzt auf diese Art und Weise in Bedrängnis zu bringen. Na mal sehen. 81 haben wir es. Mal schauen, was passiert bis zum Ablauf des Waffenstillstandes. Also, bis dann macht's gut. Euer Steinballen. Mal schauen, was passiert bis zum Ablauf des Waffenstillstandes.